Ich habe einen absoluten Bot in Warzone gefunden und ihm dann den Win geschenkt. Seht selbst. Nein, wer ist er denn? Brudi, was machst du denn? Jetzt sollen wir ihm den Win schenken. Das sieht irgendwie ein bisschen süßer aus. Oh mein Gott, schau den euch an. Eins in den Chat, wenn wir ihm den Win schenken sollen. Zwei, wenn ich den Win in meine Stats aufnehmen soll. Nein, was macht er denn? Wieso so viele Zweier? Hallo, was seid ihr für mich? Warum seid ihr so gemein? Nein, bitte, schau den euch an. Was ist der Gameplan, mein Großer? Was ist der Gameplan? Ne, wir schenken ihm, okay? Das ist die gute Tat, die wir heute brauchen. Ich gönne, ich gönne. Er ist so ein süßes Mäuschen. Ich kann das alles nicht mehr, Alter. Er ist so süß, ja. Bitte, was macht er denn? Wo aimst du denn hin? Ja, nochmal schnell reloaden. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich bin der törgarten. Ich bin der Töten. Ich bin der Töten.